Bisschen hoffe ich, dass dann so Leute schreiben, Rubatra skippe ich immer oder so. Es wäre zwar übergemein, aber man muss auch zugeben, es wäre ein Stück weit auch lustig. Also so ein bisschen wäre es auch lustig. Aber ich sage euch ehrlich, ich glaube, das wird bei uns passieren. Ich glaube, wir werden der Part sein, wo Leute sagen, Paplano und Reese skippe ich immer oder so. Der redet mir zu viel Englisch, skippe ich. Hundertprobe, dass wir in Wir sind. Aber no joke, ich glaube, es ist ein Hot Take, der, so wie alle denken, die nicht aus dieser Survival-Bubble sind. Ich habe das Gefühl, es braucht nur maximal ein bis zwei Teams, die wissen, was sie machen. Alle anderen sollten Entertainer sein, in my opinion. Weil, Bro, ob jetzt Outdoor-Joachim zum neunten Mal, Bro, in der Wildnis ist. Ja, mein Gott, der kann das. Cool, dann baut er halt irgendein krasses Haus. Ja, cool, fresh. Aber so, Bruder, wir brauchen jetzt nicht neun Teams davon. Ich habe das Gefühl, man braucht die nur als Maßstab. Macht das Sinn? Dass man sehen kann, okay, was ist denn möglich da? You know? So, das ist ja viel geiler, jemanden zu sehen, der noch nie in der Wildnis war und dann in diese Situation kommt. Weil das ist ja das, was man auch zu Hause dann viel besser relaten kann. Wenn man dann da sitzt und sich so denkt, oh ja, okay, der, ich habe es auch noch nie gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Keine Ahnung. Ich finde es richtig dumm, dass sich da so viele Leute aufregen drüber. Dann noch an die Leute, die mich so oder so schauen. Also, ihr denkt ja so oder so, ich sterbe deswegen, keine Ahnung, was soll ich euch noch sagen? Also, an euch, fickt euch halt, ne? Ich werde das Ding rocken und ich werde es euch auch beweisen. Und wie dann noch dabei sind. Also, jetzt mal wirklich Gexercide, übelst geil. Ich glaube, das wird geil. Das wird, glaube ich, richtig, das wird richtig, wir sind halt die Goofy-Teams, ne? Wir sind die zwei Goofy-Teams, aber es wird richtig nice. Ich glaube, das wird gut fahren, Mann. Die wollen euch raiden. Man, Bro, das Ding ist halt, Max wird halt irgendwie am zweiten Tag irgendwie so umknicken mit seinem Fuß auf seine gottlose Schulter fallen mit seinen 185 Kilogramm, Bruder. Und dann ist das Ding wieder durch. So, der soll mal halblang machen mit irgendwas raiden, Bro. Und dann ist das Ding. Und dann ist das Ding. Und dann ist das Ding.